Ballverlust jetzt auf dem Mittenfeld, das war Donkow. Und wieder Freistoß. Und wieder ein Foul von Waldorf, der Probleme hat da hinten. Zweimal war ihm Arvelace jetzt abgehauen. Und er muss aufpassen, jetzt hier nicht die gelbe Karte zu riskieren. Achtung, Arvelace! Ein Bauerntrick, auf den der VfL Bochum hier reingefallen ist. Der Ball war freigegeben. Hier, eine ganze Mauer schläft. Also das ist ein Spiel, das keiner der Beteiligten und sicherlich auch Sie zu Hause, liebe Zuschauer, so schnell vergessen wird.